Teil 2 vom Eispalast muss ich kommen wie ich durchkommen komm ich hab durch ah verdammt Pegasus Stiefel vor dem Wind yeah große Schüssel bitte großer kleiner ja auch zu schnell gehen alles hier vorne vorab ich will kein Hase sein ich will kein Hase sein ich bin Hase ja kommt oh als ich wusste du Dreckvieh Enten Enten du 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 noch scheiße du 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 komm rein da na da renn weiter ey geht doch toll ganz ganz toll okay gibt's das was sagt er wir haben ja glaub ganz an ja stimmt eigentlich auf ordentlich das ich seid ihr also komm da nicht ich ich hier bekomme ich nix ich mach trotzdem alle kalt ey nein toll das hätte ich mir jetzt sparen können oh nein oh nein oh nein oh ja oh styler oder ja und du was ist hier los ah ich muss hier rüber ach scheiße lol was war das für shit komm ha 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 was oh na na was geht denn stalin noch einer nein oh mein gott kommt hier noch einer ja komm dann großer schlüssel hey das gibt's nicht hä hä achso das war lol mach auf dann nicht alles klar ja war ich doch schon war ich schon wo war ich noch nicht da oben also komm ja ja scheiße ich brauch kurz ok ok nein was soll das scheiß hä total sinnlos ok also haut ab also haut ab ihr lumpen aber haut ab ja sicher ich hasse euch geht weg 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 Was muss ich denn hier machen? Das hat null Sinn. Ich schaff's nicht. Ah. Da muss ich eigentlich noch weiter runter gehen. Oh, irgendwie doch nicht. Geht weg. Ich muss hören. Ich hab keinen Plan.